Unser kleines Zeltlager hier für die Hunde, die im Hof leben, wurde echt gut angenommen. Als wir heute Morgen reinkamen, sind sie uns alle entgegenkommen. Alle sind aus ihren Betten ausgestiegen und haben sich erst mal gestreckt. Und irgendwo sind sie selbst jetzt noch drin, obwohl die Sonne scheint. Also scheint gut anzukommen. Jetzt wollen wir heute noch schauen, dass wir die Dächer oben zumachen mit der Plane, dass die Gänge dann auch geschützt sind, wenn es regnet oder schneit. Und dass sie dann auch vor den Hütten liegen können und dass es einfach dann auch nicht reinläuft, wenn es angeregnet. Und dann haben die eigentlich jetzt hier draußen zumindest eine trockene Ecke, wo sie dann schlafen können.